Ja, find ich sehr uncool. Kann schon sein. Du bist tot. Nö. Nicht du, den Kerl mein ich doch immer. Vielen Dank, dass du mich rangezogen hast, du blödes Mistvieh. Oh, was blaues! Ich freu mich schon über blaue Sachen. Ein nicht identifizierter Ring. Hebe ich mal auf. Da sind die. Lorettinger machen Schaden, ja. Das war ein richtig Schaden, ja. Meins aber auch, wenn ich meins mache. Da, 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 das find ich voll geil, wie das immer rumballert. So, einmal im Kreis gegangen. Ja, einmal gefällt. Wachen, wachen, wachen. Da kommt richtig Schaden, Alter. Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Wiederbeleben! Mit ein bisschen Geld, was ich hab. Wimschkeits. Alter, der zieht mich immer wieder zu sich hin, der Sack. Ach, kein Wunder, da ist auch so ein D-Lander. Blaze, wo bist denn du? Äh, Eingang. Hoffel, konntest du dich nicht wieder beleben? Nein. Habe gemacht, tot. Die blocken alles, die kleinen Mistviecher. Die sehen aus wie von Bioshock. Stimmt. Man erkennt hier alles wieder. Pfeff, Pfeff, Pfeff. Ja, nach oben. Äh, nach unten. Warum müssen wir nach unten gehen? Warum nicht mal nach oben? Keine Ahnung. Fütter doch einen Begleiter mit Fisch, um ihn in verschiedenen Sachen zu wandeln. Mach ich. Okay, er... Das Inventar hat's mir gesagt, also muss ich das tun. Was gibt's? Heute gibt's ein Tunnel-High. Oh, toll. Was ist das denn? Alter! Da schießen. Du? Ja. Oh, ich hab auch noch gar keinen mehr im Rüstungspot. Hab ich noch nicht draußen. Lustig, gell? Hihi. Ich hab nicht reingestellt in die. Das darf ich nicht mehr machen. Die machen jetzt zu viel Schaden. Kann ich mittlerweile mal wieder verkaufen? Hm... Natürlich nicht. Tot! Gewonnen! Hittet! Ja. Geil, gell? Ja. Geil, gell? Die hier alle rumfeuern. Dring, ding, ding, ding. Siehst du das? Eigentlich sind es ja meine. Das sind... Du hast doch keine Bogenschützen, oder? Noch, ist von meinem Geld bezahlt. Ja, okay. Deine Bogenschützen, wie die hier rumfeuern. Ja, das find ich schon besser. Ich sterbe fast. Ich bin tot! Du bist tot. Ich geh Eingang. Kost mich nicht ganz so viel. Ich glaub ich muss von meinem Hund Sachen verkaufen gehen, weil sonst kannst du mich nicht mehr wiederbeleben. So, ich geh mal an meinen Hund. Oh, oh. So, genau. Verkaufen gehen. Ding, 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 ding. Ich hör schon das Geld klingeln. Komm Hund, geh. Der Begleiter ist fortgegangen. Meinst du? Ja, ja. Ein bisschen Geld bestimmt. Ich will überhaupt, das meiste Geld bekommt man davon. Von Verkaufen. Ja. Oh, ziemlich viel hier. Was müssen wir eigentlich hier unten machen? Ich hab keine Ahnung. Roboterzeile. Ich hab auch keine Quests. Roboter, da müssen wir gar nichts machen. Ich glaub wir müssen erstmal wieder zurück, he? Ne, in den Finsternis. Da. Den Alchemisten finden oder so einen Scheiß. Was, was, was nicht. Ah, ja. Neue Skelette beschweren. Zauberbogen. Echt? Echt? Nein, auf etwas ta47. guys. Ja. We're not, was. Can I die? Echt? Aber ich hab das. Wie. Ich will nicht wissen wie der Endboss wird, gell? Ja Weil wir haben ja doch ein bisschen was vor uns Meinst du? Ich weiß es nicht mehr Doch, also 20 Länder wird gesagt oder so Vom Nightwolf Ja Der labert, alter Der labert Zerschmettert Brennnutze Guck, 1655 Gold hat er mitgebracht, mein Begleiter 10.000 kriege ich von dir 8.000 Ne, plus Zinsen Jaja, du bist auch so ein Zins Jaja, meine Bogenschützen sind da Deine Bogenschützen Noch Was war das gerade für ein lustiges Geräusch? Ich hab nichts gehört Nein Da war nur ich das, ne? Aufzug nach unten Ich seh keinen Aufzug, ich seh nur Gegner BAM BAM Das war zwei Stück Ja, hier geht runter Hier landest du, ja Tup, 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 tup Hörbosch Hörbosch Wenn ihr beim, ja ich bin hinter, du bist drüber gelaufen Und hast damit ne Falle aktiviert für den, der dahinter liegt Hat mich voll verbrannt, du bist schon wieder am Handy Nein Ich hab's genau gehört Pop Dein Poppen hört, man Ne, ist gar nicht sein Du gehst den Let's Blame fremd Geh niemanden fremd Natürlich Mein Turrent kommt Los geht Turrent Ich hab' nicht genug Mana Ich hab' nicht genug Mana Käht das ab hier Gold, gold, gold Schon wieder? Ja BAM Das Gemetzel, alter Alles geil Wenn mein Balken voll ist Brauchst du kein Mana mehr? Ja Geht ab Stufen, äh, Stufenaufstieg Juhu Mann, oh Mann geht das hier ab hier, find ich das cool Ja, das ist nur... Action, nur drauf Ja, Mann, nur drauf, die Kante Zeit drauf Da ist schon wieder, guck... Da ist schon wieder, guck... Da ist schon wieder, guck... BAM 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 Oh, ja ich auch, von allen beiden Ja, ich auch So, kann ich nichts besser machen, kann ich auch nichts besser machen Hm, was mach' ich denn? Mach' ich da drauf So Mach' ich mir Gesundheitsfunk, die gesamte Rüstung, die Chance erfolgreich angreifen und Schild zu blockieren Ist mir grad egal Erhöht Mana Okay Diesmal vergesse ich's nicht So Machen wir ihn direkt Lace, kommst du? Ja Ähm... Da Zah, 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 da Ich bin das Tier, Mann Äh, sollen wir jetzt hier rüber, oder? Weil da, da ist so ein Teleport-Ding und hier ist was zum Laufen, ne? Ja, können wir erst mal laufen Da drüben, wenn wir da rauskommen beim Teleport-Ding oder so Hier ist noch ein Teleport Ich glaub', das ist eher sowas wie ein Rätsel, hä? So ein hin- und her-teleportierend-Ding ist Was ist das? Da leuchtet's Ja Na gut Ja, ich glaub', wir sind an einem Rätsel Das Ventil Hab' ich ausgemacht Oh Der aktiviert sich bestimmt erst nach dem Ventil Alle beide Ich nehm' den hinten Mann, der ist direkt zerplatzt Hohohoho Weg Der hat auch keinen Bock mehr Hohohoho Ist aber geil, Mann Hopp Jetzt sind wir da, wo du grad gesagt hast Ne Doch Wir sind wieder am Anfang Jetzt müssen wir hier lang Ventil Toll, da oben soll einer rauskommen Guck' hier, der macht voll den Dicken Boah, der hat mir fast einen One-Hit gegeben Und warum? Weil ich meinen Rüstungspot nicht da hab' Oh, no, no Guck' jetzt bin ich direkt wieder voll So, jetzt müssen wir hier lang Wo sind wir jetzt? Hier waren wir auch schon Ah, jetzt geht das Ding hier an Nein, jetzt ist hier das Ding rübergefahren Nein, ja, aber Wir können es trotzdem nicht ganz rüber, oder? Doch, wir können komplett rüber Wir haben alles aktiviert Ja? Ja, komm Ich steh' doch hier War das bei mir Buggy? Der Alchemist Der ist ja sehr cool, Mann Alter Wie wir auf den drauf prügeln Boom, boom Der kann gar nichts Der kann gar nichts Der hat auch keinen Bock mehr Nee Ich glaube, nicht tot Ich glaube, erste Phase Erste Phase, ja Ja Ah, dann machen wir es halt gerade noch mal Bäm Bäm Wieder die Dinger auf den seinen Kopf fallen Bäm Wieder auf den Kopf fallen Nö Nächste Phase Oh, jetzt hat er gerade mal Schaden gemacht Ich kann gar nichts mehr auf den drauf Doch, jetzt Ja, ich glaube, das ist Feuer, wo du drinstehst Nö, gerade gar nicht mehr Oh, oh Was denn? Ey, das macht gerade dann ab und zu mal Schaden Ab und zu macht das Schaden, gell? Das war nur, wenn er mal grittet Das war nur, wenn er mal grittet Mehr nicht Ja Ja Ey Mit seinem blöden Laserstrahl Bieg der einen voll weg, gell? Ja, schieb da einen weg und kommt nicht mehr dran Aber Schaden macht es trotzdem nicht Das war's Das war's Da ist er gerade umgefallen Die Olle Truller Hast du irgendwas Tolles bekommen? Äh, ja, ich glaube Ein geheimnisvolles Brustrüstung hab ich bekommen, aha Erhöht jeden alle Schaden Was ist denn alle Schaden? Alle Schaden, die es gibt, Rörs? Ja Er ist nur Vagans Um 20%, gell? Ich bin nicht Vagans, nee Ich bin Ingenieur Der Hexensucher rottet die Korruption des Imperiums aus Wie geil ist das denn? 51 Feuerpanzer, ja? Ja Und erhöht jeden alle Schaden um 20% Okay Und endlich mal einen neuen Helm Wiege uns Kappe der Resistenz 34 Giftpanzer, 34 Eispanzer, 34 Feuerpanzer, 34 Elektropanzer Gefundene Geltung, 1% erhöht Und 6, äh, Bonus auf Attributpunkte Vatilität Kann schon nicht anziehen, weil Stufe 53 Oh, lol, lol Oh, lol, lol Bitte? Komm nach unten Einfach nach unten, lade schon das Oh, warte, da liegt ja noch mehr Zeug rum Habe ich noch irgendwas vergessen hier oben? Weiß ich nicht Hm, ich glaube nicht Hopp Aufzug nach unten, oder was? Bist du, gell? Ja Doch, Mann Ich kann da aber nicht einfach drüber ruschen Wegpunkt aktiviert Alter, guck mal wie ich aussehe Seltsam Warum sind die jetzt hier alles wieder voll Ich bin tot Nee, ich hab grad so überlebt Oh, oh Komm, gib mir Life Und gib mir Mana Warte mal jetzt ganz kurz Ich muss das wegsortieren Dass ich das nicht verliere Den Scheiß Okay, okay Oh, ich hab einen neuen Ring Kann ich endlich den Stufe 15 Ring auswechseln Und nochmal Zeit Proffel Die kommt von hinten, gell? Ja Oh ja, wir sind schon tot Da sind ganz viele Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Ich bin tot Ja, deswegen hab ich ja gesagt Oh, 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 oh Ich bin erst mal weggegangen Diese Scheiß Glitchdinger hier, die machen Schaden Nur aus der Ferne töten am besten Hochrums Okay Ich glaub, wir haben's überlebt, hä? Überlebt Geld Oh, der Goldhammer ist immer noch der Beste, Alter Der Goldhammer Der Schlaghammer hier, den ich hab Ja Aber nur wenn er aufgeladen ist Der macht Bananadam Dann ist alle weg Geld Ah Ruffel Hast du das gesehen? Ja, man Ist auch geil, man Das ist völlig zufallsbedingt, auf wen den draufgeht und wann das Ding losgeht, gell? Ja Oh oh, Basti tot! Ja Du auch? Ja Ich geh vom Eingang, kostet weniger Machst du das auch so vom Eingang, oder? Deswegen? Ähm, nö, eigentlich nicht, ich drück einfach irgendwo drauf Irgendwo Außer Stadt Der macht richtig Schaden, der Sack Bin ich schon wieder tot, ne? Nee, doch nicht Grad zu überlebt, hä? Komm, was der hier rumpallert, was ne Menge Zauberbuch, irgendwas bekommen Moment Zauberbuch gucken, Zauberbuch gucken, Zauberbuch gucken Zwei Sachen Äh, Zauberspruch hast 5 Die Bewegungsgeschwindigkeit ist saubernd wie 20 Sekunden lang Um 20 Erhöht unser Angriffstempo um 5% Und Erschütterung Toll Also nix so tolles Weißt du, weiter Blaze? Äh, jaja, weiter Wir haben doch grad nen Boss besiegt, warum kommen wir nicht zurück in die Stadt eigentlich? Das ist kein richtiger Boss war, glaub ich Meinst du? Ja, weil wir jetzt den Netalfürsten besiegen müssen Fahren, fahren, fahren Fahren Der macht Aua Richtig Aua Heil mich endlich, Bottmann Kann doch nicht so schwer sein Hopp Diese komischen Alienköpfe hier Die können das nicht so gut geben Aber er, komm, gehen wir erstmal einen Stück weiter Wir brauchen doch die EP Guck dem Stars was dick ist Was sehr dick ist Der sehr viel Schaden macht Ne? Ja Der macht ganz viel Schaden Wie bei Diablo Die Viecher hier sind meistens schwerer Als die Bosse selbst Ne? Ja Bam 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 Zauberboost Skelettbeschwerden 5 Geil Ich hab Skelettbeschwerden 5 gefunden 5 5 5 Und ich bin tot Bäh Tot Vom Eingang Kostet mir zu viel Geld Dann geh ich auch grad mal hin und geb das den Hundi Skelettbeschwerden 5 Skelettbeschwerden 5 Ja Oh oh Leider, dein Handy hat schon wieder geklingelt Ja Ja Ich hab's genau gehört Der besser als ich Ja Jupp Alter, schon krank was sie hier für ein Damage machen Ich bin einfach mal jetzt woanders lang gegangen, ich weiß auch nicht wieso Einfach weil ich's kann Und weil hier ne Truhe ist natürlich Das hab ich schon vorher geahnt Hm Und weil da ganz viel Gold ist Das hab ich auch gewusst Und weil da ein Schädel von Imena ist Und der bringt ganz viel Was ist das? So ein Sockelding Ah Geh mal nach Hause Hundi Tschüss Hundi Geh mal Geld Ja warte, wenn der wieder da ist, dann kriegst du Geld Und diese scheiß Kampftürme, die so viel Schaden machen Ja 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 Dick gemacht mit sein Ansturm auch relativ gut Schaden Aber ich hab mein Turrent aktiviert Jetzt gibt's hier aufs Maul Was? Verdammt Turrent völlig umsonst aktiviert Aufzugnaunten Füttert euren Begleiter mit Fischen Ach ne, wie oft soll ich das denn noch hören? Keine Ahnung Genau wo bleibt der liebte Place Wir sind schon bei Ebene 6, ne? Was, Ebene 6? Ja, sind wir schon Die brauchen wie eine Ebene 6 Oh, ich muss mein Healboard aktivieren Sonst sind wir gleich alle wieder tot Weil wir keine Rüstung haben Den kann ich leider nicht noch höher machen Als er jetzt gerade ist Echt? Nein Er braucht noch gewisse Level Geben wir alle in andere Richtung Diesmal lang, ja? Ja, hier ist alles voll Gegners Ja, hier auch Na gut, nicht mehr, aber Ja, hier auch nicht mehr Oha Bin verwundet Ja, ich weiß Wie alle tot sind Ich wollte gerade schon sagen Wow Hey, du stehst schon wieder rum Ja, weil ich gerade Rüstung auswähle Alter, guck mal, wie ich jetzt aussehe Sag ich mal? Du mal ran Rofel Das sieht cool aus, der Helm Jetzt brauch ich nur noch mal andere Schuhe Weil die Schuhe sind scheiße Die passen nicht Es geht immer nur um Styling, gell? Es geht gar nicht um Damage Nein, man Es geht nur um Styling, Alter Style Gear, man Waffenständer Und Legendary Ich bring euch alle um